Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir haben euch ja jetzt unsere großartigen Neuigkeiten verkündet. Wir bekommen noch ein Gespisterchen für den Samuel, ein kleines Baby. Und ich möchte euch einfach mal ein bisschen erzählen von den letzten vergangenen drei Monaten. Sozusagen ein kleines Schwangerschaftsupdate geben und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Als wir erfahren haben, dass wir noch ein Baby bekommen und dass ich wieder schwanger bin, haben wir uns wahnsinnig mit dem Kai gefreut. Und ich habe mich dann auch relativ zügig um eine Hebamme gekümmert, denn wir wohnen hier sehr auf dem ländlichen Raum. Und das ist ehrlich gesagt nicht sehr einfach, eine gute Hebamme noch zu bekommen, wenn man sich nicht schnellstmöglich darum kümmert. Ich glaube, ich war in der sechsten oder siebten Woche, also ich glaube zwei Wochen, nachdem ich jetzt erfahren hatte, dass ich schwanger bin, eine oder zwei Wochen, habe ich dort angerufen und gefragt, was denn aussieht, ob ich bei der noch mit runterkommen könnte. Und hatte mehr oder weniger Glück, denn sie hat mich tatsächlich als letztes noch in den Monat Juni reingenommen. Also mein Entbindungsteamin ist der 30.06., der errechnete. Und da meinte sie so, naja, das ist ja eher schon 1.7. und im Juli hat sie noch niemanden und deswegen nimmt sie mich noch auf. Also dagegen habe ich total, total Glück gehabt. Ich bin dann auch relativ zügig zur Frauenärztin gegangen. Da war ich in der achten Woche und dort haben wir dann mit dem Kai einfach mal drüber gucken lassen, ob alles in Ordnung ist. Und ich habe mir meine Mutterpasse mal geholt, damit ich gucken kann, wie es denn so aussah. Da hatte ich ein Gewicht von 60,1 Kilogramm und wir hatten, genau, bei 8 bis minus 0 war es gewesen, als wir dort gewesen waren, ein Gewicht von 60 Kilo und man hat sogar schon den Herzschlag gesehen. Das war total schön gewesen. Wir haben auch mit Absicht uns einen Termin ein bisschen später geben lassen. Im Samuel war ich, glaube ich, schon ein bisschen früher beim Frauenarzt gewesen, weil ich einfach gesagt habe, ich würde gerne das wollen, dass man wenigstens das Herzchen schon sieht. Das war dann so ein bisschen ungewiss, ob man es auch sehen würde oder nicht, weil 8. Woche ist eigentlich immer noch sehr zeitig, aber wir hatten Glück gehabt. Und das Herzchen, das hat schon geschlagen. Und so sieht das Mäuschen jetzt sozusagen in dieser Woche aus. Und das ist unser Baby, die kleine Bohne da drin. Und ja, dann ist es wieder warten, warten, warten. Und ich finde dieses erste Trimester, diese ersten drei Monate, das ist irgendwie das Schlimmste, weil du spürst halt noch nichts, man sieht noch nichts und irgendwie weiß man es nur aufgrund dieses Teststreifens. Und das ist irgendwie mega, mega schwierig, sich das so wirklich vor Augen zu halten und sich bewusst zu machen, dass man tatsächlich schwanger ist, dass dann ein Baby in einem wächst, dass man auch sich aufpassen muss, dass ich nicht mehr so viel tragen darf. Wir hatten ja dann den Umzug auch gehabt und da musste ich dolle aufpassen. Wir hatten die letzten Vorbereitungen noch, ich meine, ich bin schwanger geworden, Ende Oktober, Anfang November, beziehungsweise da haben wir es dann festgestellt, Ende Oktober, Anfang November. Und da waren wir noch sozusagen in der heißesten Phase, damit wir noch die letzten Kräfte mobilisieren, damit wir hier das mit dem Umzug schaffen. Und da musste ich mich manchmal ganz schön zurücknehmen und dann sagen so, nee, jetzt nicht und nee, ich nicht. Und das ist manchmal nicht ganz so einfach, weil man manchmal auch einfach nicht dran denkt. Also so ging es mir zumindest. Ich habe manchmal einfach gar nicht dran gedacht, dass ich schwanger bin und dass ich mich vorsehen müsste und dass ich mich schwer heben darf und mir ein bisschen Fumade machen soll. Aber das Gute dabei ist, mein Körper sagt mir relativ zügig, wann Schluss ist. Und so war es auch jetzt hier gewesen. Und daher habe ich dann eigentlich viel auf meinen Körper gehört und habe dann diese ganze Phase ganz gut überstanden. Was ich dann gemerkt habe, war, dass ich nach dem Umzug wahnsinnig erschöpft war. Müde war, auch viel gelegen habe, viel geschlafen habe, lange geschlafen habe, auch morgens länger gebraucht habe, um wieder aus dem Bett rauszukommen und so weiter. Also viel Müdigkeit und ich hatte auch in dieser Schwangerschaft mit Übelkeit zu kämpfen, allerdings Gott sei Dank nicht mit Erbrechen. Ich hatte nur morgendliche Übelkeit gehabt, musste dann manchmal am Frühstückstisch so vielleicht 10, 15 Minuten warten und meinen Männern beim Frühstücken zugucken, bevor ich dann meinen Magen so weit wieder runtergefahren hatte, dass ich sagen konnte, okay, jetzt kann ich auch was Frühstücken, jetzt ist die Übelkeit weg, jetzt habe ich Appetit. Und dann konnte ich auch ganz normal essen, also ohne Probleme und auch ohne mich jetzt irgendwie da heiß zu machen und übergeben zu müssen oder ähnliches. Aber ich hatte schon deutlich mehr mit Übelkeit zu kämpfen als in der Schwangerschaft mit dem Samuel und auch die vollen 12 Wochen. Also ich glaube, mit Woche 11 oder 12 ist das dann erst zurückgegangen mit der Übelkeit. Gab es sonst noch was? Ja, mit dem Darm habe ich ganz schön Probleme, beziehungsweise hatte Probleme. Einen sehr trägen Darm und dann vor allen Dingen auch Bauchschmerzen, einfach weil die Luft gefangen war und auch andere Sachen, die ja nicht rauskamen, weil der Bauch so müde war. Da habe ich dann Gott sei Dank von meiner Hebamme den Tipp bekommen, Magnesium anzufangen zu nehmen, damit der Darm ein bisschen erweicht wird sozusagen und die Arbeit wieder aufnimmt. Und das habe ich dann auch gemacht. Das war eine Lesung zu mir. Ich glaube, meinen ersten Hebammetermin hatte ich in der 13. oder 14. Woche. Also kurz nach Weihnachten war das gewesen. Da war ich das erste Mal bei meiner Hebamme gewesen und habe sie kennengelernt. Und das war ein total angenehmes Gespräch. Da war ich allein gewesen ohne den Kai. Ich habe sie wirklich erst mal kennengelernt, habe erzählt, was wir so machen, wie wir zu dem Kind gekommen sind, dass wir jetzt hier Haus gebaut, beziehungsweise saniert haben und so weiter. Und war auch total angenehm. Und dann konnte sie mir auch ein bisschen was erzählen, wie ich jetzt mit meinen Problemen einfach umgehen kann, wie zum Beispiel mit dem Darm, obwohl sich das in der Situation dann schon deutlich gebessert hatte. Und dann, wie gesagt, die meisten Beschwerden hatte ich tatsächlich nur bis zur 12. Woche. Ja, 12. Woche, da waren wir, in der 13. waren wir dann nochmal beim Frauenarzt gewesen. Das war kurz vor Weihnachten, am 20.12. Da war auch alles in Ordnung. Da habe ich dann schon das Gefühl gehabt, mein Beuchel ist schon ganz schön gewachsen. Beziehungsweise konnte ich dann schon relativ gut auch die Gebärmutter ertasten. Ja, beim Sammeln habe ich das nie gemacht, weil ich nicht wusste, wie es geht, beziehungsweise ich nicht wusste, wie das sich anfühlt. Aber hier bei der Maus hatte ich das tatsächlich dann hinbekommen. Und da sah unser Baby dann mittlerweile schon so aus. Wir haben jetzt nur ein Foto bekommen. Also im Vergleich ist es schon wahnsinnig gewachsen, groß gewordenes Mäuschen. Und genau, dann war ich nach Weihnachten, beziehungsweise zu Weihnachten war es dann, dass wir unseren Großeltern und Tanten und Onkeln Bescheid gesagt haben, dass wir ein Kind erwarten. Meine Eltern und die Mama von Kai, den hatten wir da schon vorneweg erzählt. Das waren sozusagen unsere allerengsten Vertrauten gewesen, bei denen wir einfach dann auch Halt finden wollten, falls es zu dem Abgang kommen sollte in den ersten drei Monaten, dass wir jemanden haben, auf den wir zählen können, die Bescheid wissen, dass ich schwanger war, dass wir ein Kind erwartet haben und wo wir dann auch einfach hingehen konnten und sagen konnten, pass auf, wir sind gerade super traurig. Und deswegen war uns das wichtig, dass die engste Familie darüber schon Bescheid wusste. Wir haben das sozusagen meine Schwester schon vorneweg erzählt, zwei Pärchen unserer besten Freunde und meine Eltern. Und meine Großeltern und der Rest der Familie hat es dann Weihnachten anfahren. Für die war das dann sozusagen die große Weihnachtsüberraschung. Obwohl es irgendwie jeder schon so ein bisschen, was heißt erwartet, aber es war jetzt nicht die mega große Überraschung gewesen, als ich dann gesagt habe, ja, wir haben Neuigkeiten für euch. Waren dann schon alle so, oh, die Anne ist schwanger. Und so war es ja am Ende auch gewesen. Genau, mit dem Ende des dritten Monats ging es mir dann auch deutlich besser. Die Übelkeit hat, wie gesagt, nachgelassen. Mein Darm hat wieder deutlich mehr an Tätigkeit aufgenommen. Und das Einzige, was ich jetzt eigentlich noch am Überbleibsel habe, ist Müdigkeit. Ich bin ständig müde, dollemüde und müdemüde. Und also schlafen könnte ich irgendwie die ganze Zeit. Und ich bin sehr erschöpft und kraftlos. Also das ist definitiv noch geblieben. Kraftlosigkeit, Erschöpfung und Müdigkeit. Aber ich denke, wenn man den inneren Schweinungen gut überwinden kann, was ich manchmal schaffe, dann sind das immer noch Punkte, mit denen ich leben kann. Besser, als wenn ich mich jetzt die ganze Zeit übergeben müsste und es gar kein Ende nehmen würde. Oder ja, es gibt ja sicherlich noch schlimmere Beschwerden in der Schwangerschaft als die, die ich jetzt hatte und habe. Genau, das war sozusagen unser erstes Trimester. Mittlerweile befinde ich mich schon mitten in dem zweiten Trimester, schon Mitte der Schwangerschaft sozusagen. Darüber berichte ich euch gerne bei einem nächsten Video. Wenn es euch interessiert, lasst mir einfach mal ein kurzes Feedback da, ob das für euch interessant ist, wenn ich euch darüber so ein bisschen berichte oder nicht. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!